Ok Leute, wir machen das 10x85er Pack, geben dafür Virgil van Dijk ab. Bittere Sache, Digga. Ganz, ganz bittere Sache. Was ist der Typ eigentlich wert? Ah, 300. Ist eh untrade. Brauchen wir jetzt am Ende eh nicht mehr. Ich hoffe, dass es sich lohnt und dass sie eh gönnt. Vielleicht denken die sich eh Bruder, der gibt ein Team of the Year ab, Alter. Müssen wir dem wenigsten mal was gönnen. Das ist meine Hoffnung. Wir schauen mal Leute. Checkt immer noch gerne den Show aus. Na nice designs in orange, blau, rot, grün, kissen, das, ein Turmbeutel, vieles mehr. In schwarz, weiß, alles was das Herz begehrt. Checkt gerne meinen Shop aus. Link ist oben in der Beschreibung. Ihr unterstützt mich wie immer mit dem Kauf. Und ihr wisst es, ihr habt verdoppeltes Packlack. Direkt doppeltes Packlack am Start. Wo muss ich noch um Gegenstände kümmern. Ah, danke dafür, Digga. Ach, Bruder, ich hab Castells vergessen. Ah, Bruder, dein Ernst. Ich will ihn eigentlich nicht abstoßen, ey. Bruder, da müssen wir noch kurz hier packen. Leute, 10x83er Plus Pack. Ihr wisst es, checkt immer den Shop aus. Nice designs, orange, blau, rot, grün, schwarz, weiß, kissen, Tassen, Turmbeutel, vieles mehr. Ihr unterstützt mich wie immer, ihr wisst es, Leute. Und ihr habt verdoppeltes Packlack bei eurem nächsten Pack, wenn ihr die Nice Designs anhabt. Also gönnt euch. Ich danke euch, Leute. Beim letzten Pack auf diesem Account hier, 10x83, haben wir Timo auf dir von Dike gezogen. Vielleicht der nächste Timo auf dir. Ich meine, so viel Packlack ist vielleicht auch einer zu viel. Okay, ich will mich nicht beschweren. Boah, Wales. Boah, Digga, ich hab irgendwie gehofft. Ja, Digga, das ist vielleicht Benzema wird, der 95er. Once to watch Bale, 85. Okay, ich will mich nicht beschweren, Alter. Der Account hat Packlack gegönnt. Wie gesagt, Timo auf dir von Dike. Da will ich mich gar nicht beschweren jetzt. Aber, na gut. Das geht auch ein bisschen besser, Alter. Scheiß, Ivan, dann Castils und Gaia doppelt. Insigne, Bruder. 85er, der Beste. Das ist schon sehr schwach. Aber würdet mich damit sehr unterstützen. Dann mache ich das Ganze gerne weiterhin für euch. Wenn ihr Support zeigt, gerne, Leute. Also, wer ehrenhaft. Also, wenn jetzt was Schlechtes gezogen wird, dann gehe ich davon aus, dass die 1000 Likes nicht voll waren. Frechheit. Okay, Leute. Digga, was war das denn gerade für ein Klatsch auf meinem Knie? Aber auch full laut hat aber nicht wehgetan, Alter. So muss man das machen, Alter. Okay. 3, 2... Was habe ich hier? 3, 2, 1... Let's... Go. Bitte. Gönn was. Komm. 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 Mann, Alter. Was ist das? Digga. Nein. Nein. Ich kack in die Hose. Oder? Nein, Alter. Nein, Mann. Warum, Brudi? Warum? Was habe ich denn dem... Was habe ich dem... Diesem FIFA-Gott getan, dass ich Herrn Danowitsch bekomme, Alter? Mann, Alter. Das ist einer der schlechtesten... Ach, komm, Alter. Halt's mal, Alter. Der fällt tot um. Ja, ich fall auch gleich tot vom Stuhl, Alter, bei diesem Pack hier, ey. Boah, Bruder, ey. Das ist wirklich Katastrophe. Das ist Katastrophe. Das Einzige, was dieses Pack noch einigermaßen erträglich machen könnte. Könnte. Na, eigentlich kann das Pack nichts erträglich machen. Aber das Einzige, was machbar wäre, wenn alle 5... Äh, alle 4... Also wäre auch, ne? Ist ja eh Walkout. Aber alle 4 anderen Spieler auch noch Walkout wären. Digga. Weil sonst... Brumann habe ich es verdient, Alter. Ich weiß es nicht, ey. Leute. Die 1000 Likes waren wieder nicht voll. Es lag wieder an euch, Leute. Die 1000 Likes waren wieder nicht voll. Und dann ziehen wir wieder sowas. Ich glaube es nicht, Digga. Das kann doch wieder nicht wahr sein, ey. Junge, Junge, Junge. Okay, wir schauen mal. Also wie gesagt, einzige Möglichkeit. Wenn da noch 4 Walkouts hinter ist, dann sage ich, das Pack ist okay. Dann ist nicht gut. Aber... Ja. Ne. Ist auch eigentlich nicht okay. Ist auch eigentlich nicht... Ist nicht okay, Digga. Da darf man auch nicht sagen, das ist okay. Da wird EA noch hier belohnt. Und wird EA noch bestätigt, dass sie so Packs geben. Und das ist okay, sagen dann auch einige wie ich, Alter. Ne, ne, ne. Das ist auf gar keinen Fall okay. Wir gucken, was dahinter ist. Let's go. Auf jeden Fall scheißegal, was dahinter ist. Das ist kacke, Mann. Oh, Hazard, Digga. Ist doch okay. Ja, nein. Ist doch kacke. Ist doch kacke. Ist kacke, Alter. Auch wenn Hazard dahinter ist. Warum ist Hazard nicht vorne drauf? Willst du mich verarschen, Digga? Warum ist Hazard nicht vorne? Digga. Dann kommt Handanovic vorne. Willst du mich verarschen? Warum Hazard? Äh, warum nicht Hazard? Digga, Fabinho von mir aus. Pack Fabinho davor. Auch wenn er nur 87 hat. Ist mir kacke egal, ey. Aber nicht Handanovic. Wenn ich schon die Slowenien-Flagge sehe. Ehrenhaftes Land Slowenien. In Wirklichkeit ist Land. Aber dann kotze ich auch meinen Schoß, Alter. Wenn ich diese Flagge schon sehe. Weil ich schon weiß, da kommt wieder... Vor allem... So, wir kommen zum 85er Plus-Pack. Da sind wir doch schon direkt, Leute. Drei, zwei, eins. Let's go, Mann. 85er Pack. 90er Plus in dem Pack. Wäre saftig, würde ich nehmen. Würde ich nehmen. Alles andere wäre wirklich sehr, 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 bitter... Ägypten. Rechter Flügel. Mohamed Salah. Okay, bei Ägypten kann es ja nicht nur einen erwähnen. Es gibt nur einen ägyptischen Walkout, Digga. Das ist Salah. Das ist immer nice. Wenn du Ägypten siehst, weißt du immer, okay, Digi, kann ich wieder arbeiten. Damit kann man arbeiten. 90er Salah im Manchester City-Trikot. Das ist natürlich ein bisschen arrogant, Digga. Das ist ein bisschen arrogant, Digga. Vielleicht eine kleine Wechselprediction, Alter. Leute, vielleicht sehen wir Salah irgendwann. Ich weiß es nicht. Vielleicht... Boah, ich kann mir echt nicht vorstellen, dass der mal woanders hingeht, Alter. Könntet ihr euch vorstellen, dass Salah mal woanders zockt? Irgendwie... Ich weiß es nicht. Irgendwie nicht. Irgendwie nicht, ey. Aber naja, man weiß nie, ey. Man weiß nie. Mal gucken. Salah 90 rated, high rated. Es könnte... Es könnte noch was dahinter sein. Das ist das Gute. Deswegen... Wir gucken mal, Leute. Drei... Zwei... Eins... Let's go! Es können noch ein, zwei Walkouts eigentlich dahinter sein. Come on. Eins, zwei Stück noch. Lauf... Drei sogar, Alter. Aber, ey. Wir haben Salah, ne? Salah ist in Ordnung. Wirklich. Brauchen wir nicht drüber reden. Ist in Ordnung. Aber dann... Navas, Hummels und Piquet, Alter. Sind drei Walkouts. Aber alle drei so schwach, ey. Da ist schon Werner eigentlich besser, Alter. Drei Packs, dreimal 82er. Das ist aber auch ein Witz, ey. Das ist aber auch ein Witz des Todes. Absoluter Witz. Egal, wir haben noch ein Dings-Pack. Zwei Stück, 85 plus. Gönn auch noch mal. Komm, wenn jetzt noch zwei 85er drin wären. Choky-Sel, Digga. Dreimal 82er, immer das Niedrigste bekommen. Jetzt nochmal zwei 85er, Digga. Dann sind wir doch da. Blau, ich freue mich gar nicht, Alter. Wird eh wieder irgendein Brasilianer. Jawohl. Oder Stromberg oder Strandberg, Alter. Ich kack wirklich in die Hose, Alter. Meine Fresse, das kann doch nicht wahr sein, Alter. Strandberg. Ich freue mich gar nicht, wirklich. Ich freue mich gar nicht, wenn irgendwas Blaues kommt, Digga. Jetzt wird eh in der Strandberg, Iago, der andere brasilianische Torwart oder irgendeiner von denen, Hegazi oder wie der Ägypte heißt. Es wird immer einer von denen, Alter. Ohne Witz. Hat eigentlich kranke Werte, der Kollege. Aber ich sag mal so, wenn jetzt noch ein höherer als 87er normaler Goldspieler drin ist, bin ich zufrieden. So 88, 89, 90. Sag ich, okay. Muss man akzeptieren. Eigentlich nicht, aber dann kann man mit A. Arbeiten, aber er wird jetzt ein 86er drin sein. Let's go. Oder prozentig 86er. Das ist ein scheiß Ernst. Das ist ein scheiß Ernst, Digga. Ey, wollt ihr mich voll verarschen, Alter? Wollt ihr mich voll verarschen? Ich meine, zwei Pots ist saftig, Digga. Ist saftig. Kann man nichts gegen sagen. Aber warum Iago? Digga, warum Iago zum Teufel? Ich kann jetzt nicht mal mehr Packs ziehen, um diesen anderen Iago irgendwie in die SBC zu packen. Und ich wollte damit eigentlich die 85er SBC machen. Ich wollte eigentlich die 85er SBC machen. Ich kann jetzt ja kein weiteres Pack ziehen. Ich wollte eigentlich beide dieser 85er Packs ziehen, um die Spieler in die 85er Pack SBC zu ballern. Ich kann jetzt diesen Pack nicht ziehen, um das andere. Ich kacke in die Hose, Digga. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt ist es wieder komplett am Arsch, Alter. Korrekt, Digga. Strandberg und Iago. Digga, saftig. Hätte ich besser irgendeinen 85er mitgenommen. Ey, das ist doch traurig, Alter. Ich verstehe auch nicht, warum kann man nicht Packs ziehen, Alter? Warum muss man jetzt hier wieder so eine... Ach, Mann, Alter. Ach, wir gucken mal, wie wir es machen.